Aber nein, er macht den Augentrick, den AJ macht. Lach mal, Bibi. Was geht ab, Leute? Peace und willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal, Leute. Ich bin gerade hier mit dem Scooter am Gym angekommen. Ich werde nämlich gleich erstmal trainieren gehen, aber AJ, wo bist du? AJ ist noch auf dem Weg hierher, Leute. Er hat leider kein E-Scooter, er hat kein Paypal-Guthaben. Das heißt, er kann so ein Ding leider eher nicht fahren und ein Fahrrad hat er auch nicht. Deswegen muss er zu Fuß gehen und das dauert halt ein bisschen. Ist aber gar nicht so schlimm, denn, Leute, ich habe so ultra Hunger. Ja, und da ist auch direkt ein Rewe und LOL, ich sehe AJ. Ich wollte gerade noch mal schnell essen und bevor er kommt, aber er ist schon da. Bro, ich habe gerade von dir gesprochen, dass du noch zu Fuß unterwegs bist. Ja, wäre ich Asiate, würde man nicht Tai Ming nennen, ne? Naja, Alter, deine Haare, Bruder, oh mein Gott, yo. Ey, ich wollte eigentlich noch schnell was zu essen holen bei Rewe. Kommst du mit? Ja, safe. Let's get it. Jetzt wird gemampft. Okay, sick, Leute. Ich habe ein Croissant. Sättigt mich gar nicht irgendwie. Naja, Leute, jetzt geht es erstmal ins Gym. Let's go. Okay, Leute, ich bin in Schale geschmissen. AJ macht sich auch noch ready und dann geht es erstmal trainieren. Wie schon. Und hat mal gesagt. All right, Leute, die Session ist vorbei. Oh, wir haben uns auf jeden Fall ausgenockt. Wir sind auf jeden Fall gut schlapp. Oder, AJ, bist du auch schlapp? Toll, ich kann meinen Arm nicht weiterheben, Alter. Oder, das war schon witzig. Also, wenn ihr uns mal beim Pumpen seht, also beim Trainieren seht, ist funny. Manchmal. Tschüss. We made it. Wir sind wieder draußen, AJ. Hell yeah. Hell yeah. Ye. Ye. Ey, warum sind wir heute eigentlich so richtig, richtig lustig? Ey, sind wir immer. Auf jeden. Ich habe eine Idee. Wir gehen in die Stadt wieder. Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, Leute, wir sind mittlerweile in der Stadt angekommen. Es ist relativ viel los sogar. Aber ich sehe noch nicht so wirklich viele potenzielle Abonnenten, AJ. Ja, stimmt. Ja, aber die brauchen wir heute eigentlich. Wobei, wir brauchen sie nicht wirklich, aber erstmal wird gebastelt, Digga. Ja, Mann. Basteln. Basteln? Ja. Geil. Nein, gar nicht geil, Digga. Ich habe schon ein Trauma aus der Schule. Du wißt Bescheid. Leute, meine Arme sind so schlapp, ne, von dem Training gerade. Oh, sch... Digga, mir kommt da eine Idee. Okay, Leute. Wir haben einmal hier so eine blaue, äh... Und einen goldenen Stift. Und die beiden Sachen brauchen wir. Es wird nicht richtig basteln, aber so ähnlich. Okay, Leute, ich muss mich mal ganz kurz auf den Boden setzen, weil ich muss hier was draufschreiben. Ihr seht gleich, was draufsteht. Let's go. Okay, Leute, ich habe das Plakat hier fertig gestaltet. Äh, ich würde sagen, in Kunst hatte ich auf jeden Fall eine Eins. So geil, wie das hier aussieht. Und ihr seht schon, 10 Euro, wer mich zum Lachen bringt. Oh, sch... Das wird schwer. Ich weiß nämlich nicht, ob ich leicht lache oder es dauert, bis ich lache. Checkt ihr? Also, umso besser die Kandidaten. Umso mehr Geld verliere ich. Aber erstmal brauchen wir Geld, weil ich habe gar kein Bargeld. Digga, ich hoffe, ich verliere heute nicht irgendwie 1.000 Euro durch diese Sch*** hier. Okay, guck mal her, Digga. Motenauswahl, ne? Nur 10er. Jo, Digga. Sch*** rein. Das wird richtig viel. Jetzt geht ab. Digga, wahrscheinlich, also du lachst wahrscheinlich so fünf Male oder so. Ja, man weiß ja nicht, wie viel. Ich nehme jetzt einfach vorsichtshalb genug mit. Nein, ich brauche auch so ein bisschen Geld noch. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall massig Geld geholt. Massig 10-Euro-Scheine, wollte ich sagen. Nimm mal das Plakat. Das wird nämlich jetzt richtig viel. Jetzt habe ich Angst. Digga, ich hoffe, die Leute bringen mich nicht krass zum Lachen, weil sonst verliere ich hier eine Menge an Bargeld. Wäre nicht so geil, Bruder. Wollt ihr mitmachen? Wir haben auch hier direkt den ersten Kandidaten, wer von euch will anfangen? Nein, er soll. Er soll, er soll, er soll, er soll. Okay, ich fange an. Okay, er fängt an, Ehrenmann. Okay, ähm. Ja, was will ich denn jetzt machen, ne? Ja, mach noch. Oh nein, jetzt kriege ich Angst. Okay, komm. Sieht besser aus, als es witzig ist. Also, du hast eine Minute, du musst mich nur zum Lachen bringen und dann kriegst du einen Zehner. Weil ich halt gut drauf bin, kriegst du auch 20, wenn du es schaffst. Ich finde nicht so gut. Probier es, 20 Euro dann. Ich hau Zehner nochmal drauf. Okay, du hast eine coole Schuhe, Mann. Ah, danke. Ein Minute lang. Okay, ja. Ready? Go. Okay, und go. Boah, soll ich denn jetzt machen? Oh mein Gott. Der Blick, Digga, ich konnte direkt nicht. Was, so einfach? Ey, no way. Okay, Leute. Oh, no way. Und ich hab auch noch auf 20 erhöht. Er hat es nach einer Sekunde hingekriegt. Okay, Bro. Ja, nicht? Ja. Ja, danke, Mann. Ehre machen. Geil Ding, Digga. Ciao, mach's gut. Ja, mach rein. Ciao. Mach rein. Das war es gerade komplett, Digga, Bruder. Er hat so gemacht. Und, Digga, ich konnte nicht mehr. Das sah so witzig aus, mit der Zeit. Schon, keine Ahnung. Oh nein. Egal, okay, komm. Ich hol das wieder auf. Ich versuche gar nicht mehr zu lachen. Hier habt ihr Bock? Okay, wir haben den nächsten. 20 Euro auch für dich. Ja. Bist du ready? Eine Minute Zeit hast du. Okay. Okay, los. Los. Du musst lachen jetzt. Keine Probleme. Du musst Probleme haben, wenn du nicht lachst. Hast du zugehört? Bitte lachen. Ich will 20 Euro haben. Bitte. Lachen Sie. Hallo. Eine Minute Zeit. Du musst mich zum Lachen bringen, dann kriegst du 10 Euro. Let's go. Äh. Was soll ich sagen? Einfach zum Lachen bringen, irgendwie. Eine Minute. Du kriegst einen 10er, wenn du mich zum Lachen bringst. Zeit läuft ab jetzt. Was sagt ein Chinese zum Doktor? Herr Doktor, mein B*** ist kaputt. Lacht nicht. Ähm, sagt mir schnell noch einen Witz. Leute, die haben sich hier irgendwelche Witze aufgeschrieben wahrscheinlich. Okay, bist du ready? Ja. Eine Minute läuft ab jetzt. Was machen Polen auf dem Eis? Einbrechen. Komm, schnell, schnell. Ach so, wie heißt ein chinesischer Zeitungsverteiler? Zeitdarm. Der nächste Boy ist am Start. Hör raus. Eine Minute läuft ab jetzt. Es waren einmal vier Esel. Namen, 10 Euro, wer, wer im Stummlachen bringt. Ja? Ähm. Ja. Jawohl. Die springen herum, auf Artus Kopf, haben ihn geschlagen, darfst du ihm mit 10 Euro und ich bin mit 10 Euro und ich bin mit 10 Euro. Wenn du die nebst, was du willst. Was will? Ich kann ihn nicht tun. Ich kann ihn nicht tun. Nicht? Okay. Ich verteidige mein Geld gut gerade. Jaa. Eine Minute läuft ab jetzt. Ich habe ihn nicht in der Höhe. Ich habe ihn nicht in der Höhe. Ich habe ihn nicht in der Höhe. Okay. Willst du nochmal probieren? Okay, leider kein Geld für euch, Tobi. Lachen? Hallo? Darf ich dich kitzeln? Erzähl einen Witz, erzähl einen Witz. Horus, wie viel Zeit hat er noch? Ich weiß es nicht, nicht mehr viel, komm. Keine Ahnung. Mach einen Witz oder so. Oder Grimassen. Lach dir mal einfallen. Sie können helfen, wenn sie wollen. Er kennt keine Witze. Ach, jeder kennt doch einen Witz. Oder sie können auch Grimassen machen, irgendwas. Einfach mich zum Lachen bringen, egal wie. Was macht ein Deutscher, ein Japaner und ein Türke im Auto? Der Türke fährt das Auto. So, warnt auf. Ja, doch. So, ich glaub nicht. Reicht? So, dann? Ja, komm. Tank her. Tank war voll. Ja, ja. Sind wir zu viele im Auto? Ja? Okay. Dann müssen wir doch das Auto stehen lassen. Müssen wir alle auf den Kamel reiten. Ja, der war so lange, ich hab die Story vergessen, Alter. Egal. Okay, komm, ich geb dir noch ne Chance. Du kannst doch Grimassen machen oder so. Du kannst dich irgendwie zum Lachen bringen. Ja, dich auch noch ein. Ich auch noch ein. Ähm. Warum stellt eine Blondine ihr PC auf den Boden? Damit er dich abstätzt. Ja, der lacht nie, Alter. Kein Humor. Äh. Warum hat eigentlich seine Haare pink? Weil er schwul ist. Nichts geht nicht. Das war so. Nee, alles gut, alles gut. Du hast versucht. Eine Minute ist, glaub ich, rum. Aber ihr habt noch einen Try. Wenn ihr nett seid, könnt ihr ihm was abgeben. Okay, eine Minute läuft aber jetzt. Let's go. Ja, okay. Geht ein Mann in ein Kino rein. Gucken die einen Film? Was? Nein. Die wollen sich Fockern holen. Der Kassierer fragt welche Sorte. Dann sagt der Mann zu dem Kassierer, so wie meine Freundin. Dann sagt der Kassierer, hört sich an, ihr seid ja nicht. Als ob ich lache. Komm, 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 komm. Zeit läuft. Zeit läuft. Ich hab keinen Witze. Du kriegst 20 Euro, für 20 Euro musst du das machen. Lach, bitte. Lach. Ich bin leider nicht kitzelig. Oh Mann. Äh. Mach. Ich hab keinen Witze. Ja gut, die Zeit ist um. Ah, schade. Sorry. Kann ich ein Foto machen? Ja, safe. Mach's gut, Joe. Keine Idee? Ich hab gar nichts. Entschuldigung. Okay, alles gut. Alles gut, okay. Aber kann ich ein Foto machen? Ja, safe. Lies dir ein paar Witze im Internet durch, merkst du dir die, und dann nächstes Mal klappt es. Oder bitte. Okay, danke. Mach's gut, Joe. Warte, warte. Oh nein. Er macht den Augentrick den AJ machen. Lach mal, Bibi. Lach. 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 Lach doch mal, ey. Das war richtig schwer, no joke. Ich hab gar nichts verstanden gerade. Okay, ich kann nicht mehr. Hast du gelacht? Nee. Okay, sitzen ein Türker, ein Kurde und ein Araber hinten im Auto. Wer fährt das Auto? Polizei. Ich hab keine Lust mehr. Haben die Witze angefangen? Nächstes Mal müssen wir jetzt mit AJ machen. Okay, verteidigt, ja. Okay, Leute, AJ bekommt noch eine Chance von mir, weil heute haben es echt nicht viele geschafft. Ich glaube nur einer. AJ ist gut da drin, aber auch er kriegt nur eine Minute und wenn er es schafft, kriegt er auch nur 10 Euro. AJ, bist du ready? Ich bin ready. Okay, go. Direkt, okay. Wie viele AJs braucht man, um meine Glühbirne zu wechseln? Nur eins. Der ist zwar zu verballt dafür, aber der Chip mit einem Arthus, der es machen kann. Was? Der Chip mit einem Arthus, der es machen kann. Bruder, er nuschelt so hart, dass ich nicht meinen Witz verstehe. Okay, Leute, Geibenwaffe und Grimassen. Ey, das ist zu belastend. Will er nicht lachen. Oh yeah, gleich erstmal die Nippel krausen. Hast du schon Bock? Gleich will er erstmal die Nippel krausen. Nein! Du wie ein kleiner Hund. Ey, Mann, das kann nicht sein. Digga, das Ding ist, bei ihm will ich einfach aus Prinzip gar nicht erst lachen. Aber er ist einfach so ein räudiger Hund. Digga! Ich dachte, ich kriege den schon mit diesem AJ Glühbirnen-Joke eigentlich. AJ, da haben wir schon oft drüber geredet. Muscheln bringt halt gar nichts, weißt du? Ich rede so oft mit ihm. Ich immer so, was? Was? Joke, Alter, ist so hart ab. Das geht gar nicht fit. Schaut, als wenn ihr schon mal irgendwas nicht verstanden habt. Aber irgendwas muss man ja immer nicht können. Guck mal, ich kann zum Beispiel absolut gar nicht. Lass mal rausgehen. Endlich habe ich keine Jacke mehr an, Leute. Ich bin auch wieder in meiner Wohnung in meinen vier Wänden. Heute war ein sehr witziger Tag. Da waren natürlich lustige Menschen bei. Und es heißt auch nicht, dass die Leute nicht lustig waren. Wenn ich nicht gelacht habe. Naja, vielleicht doch. Aber nicht bei allen, Leute. Nicht bei allen. Weil ich habe ja auch wirklich probiert, nicht zu lachen. Aber egal, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Haut auf den Abonnieren-Button. Verpasst keine weiteren Videos, Leute. Hier gibt's crazy Sch***. Also ein Abo lohnt sich. Und dann werde ich sagen, fang mal. Find's euch jetzt der Arte. Bis zum nächsten Mal. Ja, und rein. Uuh. Bis.